hey leute gmax hier und willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal leute endlich mal wieder seit jahren geführt ein neuer game test heute spielen wir das liebe spiel dash quest neben mir ist der mace match tach und ich würde sagen new game und wir starten in die erste runde ist das ein comic erstmal überspringen you got you got to attack okay so schlagen wir wir haben gelesen ja wer lesen kann ist klar im vorteil sieht man mal wieder oh nein irgendein hässlicher goblin die müssen wir schlagen hero i hope you do better than me jetzt wird's bombe können wir natürlich gebrauchen oh wieder ein hässlicher kopf so setzen wir die ein und eine schlange ein baumstumpf ich weiß halt nicht sollen wir hier alles zerschlagen oder was los ja wird schlagen die schlange gerade ach du scheiße look to be page out of the magic spell book und magic missus okay lol wir haben gerade energieblitze oder sowas geworfen die springt man ich halte mal kurz gedrückt mal gucken was da passiert was denn fitz nein ich wollte gedrückt halten oh yeah da kommt mein energieball geflogen guckt euch das an leute mit diesem energie kamehameha oh nein boss boss was für ein boss der ist auch tot weg da du schlange wir werfen eine bombe oh nein der ist ja richtig richtig hässlich egal den machen wir trotzdem fertig ich würde gerne eine bombe auf den werfen ich würde gerne eine bombe auf den werfen erste bombe ja komm schon komm schon oh wir sind kritisch noch vier leben noch vier leben nur noch scheiße nein scheiße das war's das war's gable okay ich glaube wir kriegen wir haben irgendwas bekommen 500 gold oder was auch immer oh was ist das play play let's go next one obwohl ne ist ja dieselbe runde wahrscheinlich wieder ein kleines hässliches goblin die können uns überhaupt nicht die machen wir oh nein ein baum stumpf nein alter immer wenn so ein baum stumpf kommt schön aufladen Leute dann muss man ihn abschießen theoretisch ja aber dieser zauber ist voll op finde ich aber auch aber die baumstämme kann man auch einfach zerschlagen die sind gar keine da oben ist irgendwo ein plus level up oh you can choose some skill upgrades geil ich muss erstmal ein paar upgrades holen mehr leben also ihr seht ja da unten das herz das ist das ist wahrscheinlich lebensskill oder so wir haben jetzt 25 herz Leute da kommt so ein richtig fettes Vieh alter oh das war knapp ey aber wir haben noch eine bombe das heißt beim zweiten versuch die items die man verloren hat und dann kommt wieder ein fetter Pils die werden gezählt die werden dir nicht wieder zugegeben oh wir sind fast in der Nähe eines Bosses das ist überhaupt weg mit dir du stinkst viel wollen wir schon mal aufladen für den Boss dass wir einen fetten Karten können wir machen aber eigentlich kommt der ja noch nicht so gleich raus oder wow wirklich ja ich glaube jetzt haben wir viel Energie komm gleich entladen und gleich wieder aufladen jetzt den aufladen wir ok boom ja ja man komm schon ja komm schon aufladen au wir schlagen ihn unser Leben wird kritisch unser Leben wird kritisch nein 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 nicht schon wieder ich weiß schade beim zweiten versuch haben wir es leider auch nicht geschafft ich gucke jetzt mal ob wir vielleicht irgendwas upgraden können an uns dann wird wir bessere grad namen item shop open oh wir können ja mal auf diese leuchtenden Sachen zählen machen wir ich drück mal auf die Flasche ja dann können wir wir können die Bomben wieder auffüllen wahrscheinlich ne ich glaube sogar wir können die Bomben gegen irgendwas auswechseln hier ist das hier ist wahrscheinlich eine Rauchbombe oh die kostet 100 irgendwas mit oh das sieht stark aus die kostet 1000 hab ich eine gekauft schon mal ähm na komm ich kenn mich eh nicht aus ich nehm mal noch so ne ich nehm mal hier so ein power drink so drei stück so drei stück let's go da wird gegönnt und jetzt da noch ne waffe oh wir können uns alter wir können uns waffen aber shit wir haben all unser gold ausgegeben naja 100 oh wir können's ne waffe wir können uns ne keule holen ja komm wir holen uns ne keule abgegradet auf ne keule easy going das wir schlagen jetzt diesen boss diese fette keule in sein komm dieses mal läuft's what the fuck wir machen wir sind Usain Bolt wir sind viel viel schneller Leute was ist das wir sind viel viel schneller das ist der Usain Bolt Trank sind wir unsterblich oder was yeah alter dieser Trank ist ja geil alter Verwalter zweiter Ball diesen Trank hätte man gerne im Sportunterricht was ist das für ne äh Kraftwelle die wir haben jetzt nochmal aufladen für den Boss aufladen ja 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 so was ist das ja traf ihn wow wir haben ihn ja das war ja ne superbombe gefickt würd ich mal sagen alter lol ich glaub das hier ist die Karte und wir haben jetzt den ersten Abschnitt diese komischen Bäume da krass oha jetzt sind wir in irgendeinem auf ins nächste Level ja ja geist scheiße geister ich würd ganz gerne mal diesen Powerdrink da austesten oha der macht uns ja viel viel stärker guck dir das an die Geister sind mit zwei Schlägen weg da kommen krassere Goblins oder was das sind Federmäuse greifen die mich an das sind die Killen das sind die Killen ähm was ist das oh warte können die ja nochmal unsere Waffenskills und ich mach mal hier Geschwindigkeit noch zweimal so das ist cool oh die kann Gift spritzen oh der Giftspritzer jetzt haben wir den zweiten Trank äh benutzt ich glaube der ja der haltet uns sogar noch ein bisschen wir sind jetzt viel viel stärker als vorhin auf jeden Fall aber die Sache ist wir halten nichts mehr aus das ist bedauerlich so Leute und ich würd sagen das war's mal wieder von dem heutigen Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann gönnt mir doch mal bitte ein Abo rein gönnt auch den MaceMatch äh gerne ein Abo rein weil der macht mit mir in letzter Zeit so viele Videos einfach yeah danke und ähm lasst auf jeden Fall ein Like da wenn euch das Video gefallen hat wie gesagt ähm ich würd mich auch auf einen coolen Kommentar freuen ich bin immer offen für Kritik äh oder einfach coole Sprüche und ja ich würd sagen bis dann euer GMAX haut rein